Der gesetzliche jüdische Ritus ist Babylons Zauberei Die Hoffnung der Menschen auf Erlösung, ihre Suche nach dem starken Mann, der alles wieder in Ordnung bringt, führt unweigerlich in die Katastrophe einer fatalen Begeisterung für den Antichristus. Chris White schreibt, dass die Intensität der gesetzlichen Kulthandlungen Babylons die gesamte Welt in den Bann der Anbetung des Tieres hineinzieht. Babylon Jerusalem ist das Hauptinstrument Satans zur Förderung der willigen Annahme des jüdischen Antichristus. Die Hure lockt die Massen in einen falschen Gottesdienst hinein. In ihrem Tun berauscht sie die gesamte Erde. Babylons unter dem Deckmantel einer frommen Gesetzlichkeit versteckte Sündhaftigkeit erreicht vor Gott ein Maß, das nicht überschritten werden darf. Hierfür führt Chris White Offenbarung 18,5, 1.Mose 15,16, Daniel 8,23 und Matthäus 23,31-35 an. Das Höchstmaß an Sünde wird erreicht werden, wenn die beiden Zeugen Jesu in der großen Stadt Babylon Jerusalem tot auf der breiten Straße liegen werden. Im Unterschied zu Nineveh, das von seinem bösen Weg umkehrte, vollendigt die unbusfertige Stadt Jerusalem die an den Leibesgliedern des Lammes Gottes vollzogene Schlachtung. Danach endet Gottes Geduld mit Jerusalem. Weil diese Stadt nicht bereit ist, umzudenken, wird er sie gänzlich beseitigen. 2.Petrus 3,9 Der HERR verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Römer 2,4 Römer 2,5 Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störigkeit und deinem unbusfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. W CiVE BLU 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 Vielen Dank.